Ja, jetzt geht's. Hallo zusammen, mein Name ist Hannah, falls man sich hier kennen kann. Ich bin Content Creator bei YouTheme seit mittlerweile sechs Jahren und ich kümmere mich um unsere Blogposts, Dokumentationen, Video-Tutorials und vielleicht kennt ihr mich aus unseren Release-Videos. Und heute möchte ich euch neue Features von YouTheme Pro 4 zeigen und dann machen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft, schauen uns die kommenden Feature-Releases an, also YouTheme Pro 4.1 und 4.2. Dann haben wir noch ein paar Neuigkeiten aus unserer Community, insbesondere die Third-Party-Extensions und am Ende haben wir vielleicht oder hoffentlich nicht Zeit für eine Fragerunde. Leute, starten wir dann gleich mit YouTheme Pro 4. Wir haben YouTheme Pro 4 dieses Jahr im Mai released und eigentlich hatten wir das gar nicht vor, nach YouTheme Pro 3 noch an einem weiteren Major-Release zu arbeiten. Aber es gab so viele Wünsche letztes Jahr auf dem Joomla Day, dass wir doch damit angefangen haben und dann hatten wir noch die Idee, wie man mit Dynamic Content die Layouts noch flexibler bauen kann. Zehn Monate später war YouTheme Pro 4 da. Was ist also neu? Heute möchte ich euch insbesondere die Dynamic Content Verbesserungen vorstellen, weil diese super mächtig sind und vielleicht ein kleines bisschen kompliziert. Starten wir mit der Parent Source. Die ist ziemlich cool und auch ganz einfach. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, kann man in YouTheme Pro an den Elementen Content aus Joomla in beliebigen Elementen laden. Und dafür muss man nur an dem Element einstellen, woher der Content kommt. Und zum Beispiel hier lade ich einen Joomla Artikel in ein Layout. Und das ist hier ein besonderer Layout, weil man den nicht mit einem Multiple-Items-Elementen wie einem Grid bauen kann. Also besteht er aus unterschiedlichen Elementen, also aus vier Elementen. Wir haben hier das Image, Headline, Text und Button-Elemente. Und jedes Element lädt den jeweiligen Content aus dem Joomla Artikel dynamisch, was ihr an dem Datenbank-Icon erkennen könnt. Da es sich hier um einen bestimmten Artikel handelt, muss man an jeder Source, an dem Element viermal einstellen. Und das ist sehr mühsam, weil man das gleiche viermal macht. Und wenn jetzt ein Layout ist, der aus mehr als vier Elementen besteht, dann muss man das ja umso mehr, umso öfters machen. Um das zu vereinfachen, haben wir jetzt eine Parent Source eingeführt. Und man kann also die Content Source an einem übergeordneten Container einstellen und diese dann wiederum in den Elementen nutzen. In meinem Beispiel ist die Source der Joomla Artikel. Und die ist an der Section ausgewählt. An den Elementen wiederum ist die sogenannte Parent Source ausgewählt, also der Artikel, den wir vorher an der Section eingestellt haben. Und damit man die normale Content Source von der Parent Source unterscheidet, haben wir das kleine P-Icon. Das Auswählen der Parent Source ist sehr einfach. Bei Dynamic Content ist die aktuelle Parent Source auswählbar. Und im Klammer seht ihr sogar, auf was für eine Source es sich handelt. In meinem Fall ein Custom Artikel. Und das Coole ist, wenn wir jetzt die Parent Source ändern wollen, müssen wir das nur einmal an der Section machen und nicht an jedem Element. Also picke ich jetzt einfach ein neues Artikel. Und dann sind die Felder automatisch schon alle verändert. So, hier sind also die Vorteile der Parent Source. Sie ist schneller in der Einrichtung, wenn man sie nur einmal einstellen muss. Und mehrfaches Einstellen ist einfach mühsamer, gerade wenn man Filter benutzt. Man kann also sagen, aus welcher Kategorie besteht der Artikel? Hat er irgendwelche Tags? Ist das ein Featured Artikel? Und das muss man dann, wie in meinem Fall, viermal machen. Und das heißt ja auch, dass die Parent Source auch viel einfacher änderbar ist, weil man sie dann nur an einer Stelle nachträglich ändern muss. Und ein weiterer technischer Vorteil ist, dass man statt mehreren Datenbankabfragen nur eine hat. Man hätte ja sonst vier Custom Articles, also viermal die Datenbankabfrage und jetzt dann nur einmal. Als nächstes kommt Dynamic Multiplication, auf deutsch dynamische Vervielfachung. Das klingt komisch, ist aber gar nicht so kompliziert. Und ihr kennt das schon. Nämlich von unserem Multiple Items Element wie dem Grid. Denn es war schon immer so, dass sich die Grid Items multipliziert haben, wenn die Content Source, die sie laden, aus mehreren Items besteht. Zum Beispiel, wenn wir statt einem Artikel mehrere Artikel laden. Und um zu zeigen, dass es sich um eine Multiple Items Source handelt, haben wir ein neues N-Icon eingeführt. Und N steht dabei für eine natürliche Zahl. Und das Dynamic Content-Icon steht hier in Klammern, weil die Source nicht an dem Element selbst, sondern an dessen Item eingestellt ist. Wie man das hier sehen kann. Oh, da bin ich ein bisschen schnell. Genau. Das Item multipliziert sich so oft, wie es Artikel in der Content Source gibt. Zum Beispiel, wenn ich in einem Kategorie Block acht Artikel habe, dann wird sich das Item achtmal multiplizieren. So, bis jetzt nichts Neues. Und wir haben jetzt das Multiplizieren auch für Sections, Elemente selbst, Columns und Rows freigeschaltet. Zurück zu unserem Beispiel von vorhin. Ich habe hier eine Single Artikel Source an der Section ausgewählt. Und diese wird dann wiederum in den Elementen als Parent Source benutzt. Nun wählen wir eine Content Source aus, die statt einem Artikel mehrere Artikel lädt. Und daher bekommt das Dynamic Content-Icon das kleine N. Und der Layout-Teil, der sich multiplizieren soll, in meinem Fall die Section, ist grün umrahmt. Und hier seht ihr nochmal, dass an den Elementen, die Parent Source benutzen, das N-Icon angezeigt wird. Also, dass die Parent Source geladen wird. Und die Parent Source sind die Artikel, die wir gerade an der Section eingestellt haben. So, schauen wir uns das Layout jetzt in der Preview an. Ihr seht, dass sich die gesamte Section multipliziert. Und in diesem Fall werden 10 Joomla-Artikel geladen. Und das Coole ist, wie kompakt das ganze Layout ist. Links in der Sidebar haben wir nur eine einzige Section. Und rechts wird sie dann 10 Mal multipliziert. Und dann lädt das dementsprechend 10 Joomla-Artikel. Und das geht, wie gesagt, nicht nur für die Sections. Hier ein Beispiel für eine multiplizierte Column. Auch hier haben wir eine Multiple-Item-Source mit Artikeln eingestellt. Wie bei der Section haben wir das kleine N-Icon an der Column. Und die Column, die sich multipliziert, ist grün umrahmt. Und jetzt, wie ihr seht, werden hier vier Artikel oben geladen. Und dann brechen drei weitere um in die nächste Zeile. Und das ist deswegen sehr interessant, weil man damit das Grid-Element komplett umgehen kann. Insbesondere, wenn man mehr Content-Felder braucht, als das Grid-Element hat. Es gibt ja nur fünf Content-Felder bei einem Grid-Element. Title, Meta, Image, Content und Link. Genau. Wenn man aber eine weitere Sub-Headline zum Beispiel braucht, kann man das Grid-Element gar nicht mehr benutzen. Das geht jetzt aber mit Column. Fassen wir also zusammen. Hier die Vorteile der Dynamic Multiplication. Alle Layout-Elemente können jetzt multipliziert werden. Und nicht nur die Element-Items. Damit Sections, Rows, Columns und Columns, die Elemente gruppiert werden können, kann man dann sich wiederholende Teil-Layouts beliebig freigestalten. Und da diese dann wieder aus beliebig vielen Content-Feldern bestehen können, können wir jetzt Multiple-Items-Elemente wie das Grid und Gallery umgehen. Und man ist dann nicht mehr zwingend auf die angewiesen. Und zuletzt gibt es einem viele Möglichkeiten, Layouts zu bauen. Weiter geht es mit Nested Multiple-Item-Sources. Und damit meinen wir das Rendern von geschachtelten Content, der aus mehreren Items besteht. Das klingt sehr kompliziert. Ist es auch. Aber nicht erschrecken. Wir starten erstmal mit einem Beispiel. So, man kann in USIM Pro Content in Abhängigkeit zu einer anderen Content-Source laden. Zum Beispiel kann man Artikel aus einer Category laden. Und hier lade ich eine Joomla-Category, in meinem Fall Action, und deren Artikel, also die Filme, in einem Layout. So, und hier sehen wir nochmal, dass an allen drei Elementen eine Content-Source ausgewählt ist. Ich habe jetzt hier Headline und Button und sie laden den Category Title und Link. Und der Slider lädt dann Related Articles aus der Kategorie, also die Filme. Das Problem ist, wenn ich jetzt mehrere Kategorien habe, weil ich habe ja nicht nur die Action, ich habe zum Beispiel Drama und Science-Fiction, müsste ich jetzt diese Section kopieren, dann die Kategorie verändern und das dann so oft, wie ich eben Kategorien habe. Und das ist nicht wirklich dynamisch. Dank der Parent-Source und Dynamic Multiplication können wir die Kategorien inklusive Artikel komplett dynamisch laden. Und zwar wählen wir einfach eine Multiple-Item-Source, zum Beispiel mehrere Kategorien, an der Section aus. Und diese benutzen wir dann wie vorhin als Parent-Source in den Elementen. Diese Section wird multipliziert und die Kategorien mit Title und Link angezeigt. Die Besonderheit sehen wir jetzt hier am Slider. Es wird eine Parent-Source geladen, die aus mehreren Items besteht. Deswegen gibt es ein PN-Icon. Und in unserem Fall sind das die Artikel der Kategorien. Und so multipliziert sich dann nicht nur die Section, sondern auch die Items in dem Slider-Element. Wir iterieren also über die Kategorien, die in der Section gerendert werden, und dann über deren Artikel, die im Slider gerendert werden. Also wir sind selbst begeistert davon, weil man damit Layouts bauen kann, die man vorher gar nicht bauen konnte. Und zwar super kompakt. Ihr seht ja schon wieder, wir haben nur eine einzige Section. Und rechts laden wir, ich glaube, sechs Kategorien mit den Items in den Slider. Fassen wir es nochmal zusammen. Man kann jetzt über verschachtelten Content iterieren und diesen dann rendern. Und wie in unserem Beispiel können das Kategorien sein, mit deren Artikel, aber auch Artikel mit den Custom-Feldern, die aus mehreren Items bestehen, zum Beispiel vom Subform-Feld. Wenn ihr an das Beispiel von vorhin denkt, könnte man statt über die Kategorien zu iterieren, Artikel laden, oben in Headline und Link, und in dem Overlay-Slider können wir zum Beispiel eine Bildergalerie aus dem Subform laden. Und damit lassen sich sehr umfangreiche Layouts sehr kompakt bauen. Und das war gar nicht, wie gesagt, vorher möglich. Ich hoffe, euer Kopf raucht noch nicht, weil wir machen es noch ein bisschen komplizierter. Das tut mir jetzt schon leid. Kennt ihr das Sub-Layout-Element? Ich sehe, ein paar Leute nicken, das ist gut. Damit kann man nämlich Bilderrows beliebig tief schachteln. Und das ist zum Beispiel nützlich bei einem Layout mit der Sidebar, wie bei mir hier. Denn mit dem Sub-Layout-Element ist es möglich, sowohl im Haupt-Content als auch in der Sidebar ein weiteres Column-Layout zu haben. Hier zum Beispiel nutze ich das Sub-Layout, um die Suche und den Sign-Up-Knopf nebeneinander anzuzeigen. Soweit, so gut. Bisher war das Sub-Layout-Element also dafür da, um tiefer zu schachteln. Aber man kann das ja auch dafür benutzen, um Rows zu gruppieren. Und das zusammen mit Dynamic Multiplication ist richtig gut. Weil jetzt, wie bei allen Elementen, können wir in einem Sub-Layout-Element Dynamic Content einstellen. Ist das eine Multiple Item Source, dann wird dieses Element samt dessen Content multipliziert. Und Sub-Layout-Element ist auch grün, damit wir sehen, das hat sich multipliziert. Die Content Source, die am Sub-Layout-Element eingestellt ist, kann dann natürlich in den Elementen im Sub-Layout als Barren Source benutzt werden. Und in meinem Beispiel lade ich das Bild, den Titel und Description der Kategorien, in meinem Fall Serien, bei mir ist jede Serie eine einzelne Kategorie, und dann im Grid die Artikel der Kategorien. Hier also die Episoden der Serien. Und so multipliziert sich dann das Sub-Layout mit den beiden Rows. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hat das Sub-Layout-Element eine zweite Rows mit einem Divider. Und dieser Divider multipliziert sich natürlich auch jedes Mal. Ich hoffe, man kann es schon unten erkennen. Beim letzten Item möchte man das höchstwahrscheinlich verhindern. Wir möchten also den Divider nur rendern, wenn es nicht das letzte Item ist. Um das zu machen, nutzen wir Dynamic Conditions. An der Rows mit dem Divider gehen wir zu der Dynamic Content Option und wählen dann die Parent Source aus. Dann gehen wir zu Dynamic Conditions und setzen die Dynamic Condition Last Item und die Condition ist Empty. Man könnte also sagen, das Last Item ist False. Nun wird diese Rows mit dem Divider nur gerendert für alle Items, außer für das letzte Item. Fassen wir also zusammen. Das Sub-Layout-Element kann jetzt benutzt werden, um eine Gruppe von Rows zu multiplizieren. Und das ist eine Alternative, falls man nicht die ganze Section multiplizieren möchte. Und insbesondere, weil Sub-Layout beliebig tief schachtelbar ist, kann man sehr komplexe Layouts bauen. Zum Beispiel, man kann jetzt über mehr als zwei Ebenen iterieren. Zum Beispiel könnte man Kategorien rendern mit deren Artikel und dann noch die Items aus einem Sub-Formfeld und das alles gleichzeitig multiplizieren. So, das waren jetzt die Haupt-Features von USIM Pro 4. Und jetzt wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wir arbeiten gerade an sieben neuen Theme Packages und diese benötigen kleinere Features, die dann in kleineren USIM Pro Feature-Releases veröffentlicht werden. Das erste Theme Package heißt Kojiro, kommt von der liebe Melanie und es kommt mit USIM Pro 4.1 und hier ein Sneak-Peak der Features. Bisher ist es in USIM Pro so, dass wenn man eine transparente Navbar mit einer Dropbar benutzt, die Navbar transparent bleibt. Tja, das sieht nicht besonders gut aus. Und deswegen haben wir auch die Dropbar in Theme Packages mit transparenter Navbar nie benutzt. Jetzt hat UIKit einen neuen Modus, der die Transparenz der Navbar automatisch entfernt, wenn die Dropbar geöffnet ist. So ist es viel besser. Das Grid und das Gallery-Element bekommen eine neue Parallax-Justify-Option. Und dieser Effekt ist nützlich, wenn die Spalten unterschiedliche Höhe haben. So wie hier. Ich habe hier eine krumme Zahl an der Kategorie eingestellt und deswegen habe ich jetzt noch eine große Lücke. Schaltet man Parallax-Justify an, bewegen sich alle Spalten, die kleiner sind als die höchste, nach unten, so dass sie alle gleichzeitig bündig den unteren Rand erreichen. Als nächstes kann man jetzt auch das Alias-Feld von Artikeln und Kategorien auch dynamisch in das Layout mappen. Und das ist besonders nützlich, wenn man so eine Art Side-Navigation hat, um zu bestimmten Sections zu springen. Klickt man nämlich einen Link, der einen Hash auf einer ID hat, dann scrollt die Seite zu dem Punkt, wo die ID im Markup zu finden ist. Das könnte zum Beispiel eine Überschrift der Section sein. An diesem Beispiel sieht man besonders schön alle Features von YouTheme Pro 4. Wenn man nämlich eine neue Kategorie hat, zum Beispiel habe ich jetzt noch Pasta-Gerichte und die füge ich dann in Joom hinzu, dann wird diese automatisch in der Mitte mit ihren Artikeln, also den Gerichten, angezeigt. Und die Sidebar Links aktualisiert sich auch automatisch und die wird dann auch automatisch auf die richtige Section verlinkt. Man muss das Layout also gar nicht mehr anpassen. Einfach mega. So, als nächstes haben wir die Scroll-Komponente in UI-Kit verbessert. Wenn man nämlich so eine Art Side-Navigation hat und zu bestimmten Sections springt, dann gibt es mit der Sticky-Navbar Probleme, weil sie dann Überschrift überlagert. Ja, so sieht man natürlich nicht, wo man ist. Deshalb setzt die Navbar jetzt in UI-Kit eine Scroll-Offset, wenn sie Sticky ist. Und so ist die Überschrift nicht mehr verdeckt. Ja. Weiter geht's. Um euch das folgende Feature zu zeigen, gehen wir auf die Artikel-Seite und scrollen zur Vigination. Gesundheit. Boah, ich kriege jetzt richtig Hunger. Und Durst. So, Gesundheit. Hier haben wir unten so eine klassische Previous-Next-Navigation. Aber das Besondere ist, dass wir auch das Intro-Image des vorherigen und des nachfolgenden Artikels laden. Und um das zu tun, nutzen wir Dynamic Content. Und nun ist es aber so, dass der erste Artikel ja keinen vorherigen hat und nur den nachfolgenden. Also ist der Dynamic Content für den vorherigen Artikel leer und die linke Column kollapst. Die rechte Column nimmt dann die volle Weite an. Weil das passiert, weil in Youth-Im-Pro ist das so, dass die Elemente nicht gerendert werden, wenn Dynamic Content leer ist. Was ja auch super praktisch ist. Aber diesen Effekt möchte man in diesem Beispiel nicht, weil das Bild viel größer ist als auf den anderen Seiten. Deswegen gibt es jetzt eine neue Option, die es verhindert, dass die Column kollapst, wenn Dynamic Content leer ist. Außerdem bekommt das Masonry Grid bei den Grid- und Gallery-Elementen einen neuen Masonry-Modus-Pack. Und der alte Modus sortiert die Items in ihrer natürlichen Reihenfolge in die Spalten. Komm, ich müsste jetzt eigentlich sich bewegen. Okay. Jetzt. Je nach Höhe der Items kann es in einem ungünstigen Fall dazu kommen, dass die Höhe der Spalten am Ende sehr unausgewogen ist, wie in meinem Fall hier. Der neue Modus-Pack sortiert die Items nacheinander immer in die Spalte mit der geringsten Höhe. Und dadurch ändert sich zwar die Reihenfolge der Items, was bei einer Galerie eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber dadurch sind die Spalten viel ausgewogener sortiert. Das war jetzt Youth in Pro 4.1 und Kojiro. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar weitere Features, die mit den nächsten Theme Packages kommen. Bald kann man die Sticky Navbar immer transparent anzeigen. Und je nachdem, über welche Section sich diese Navbar befindet, färbt sie sich dann automatisch um. Alternativ kann man statt umfärben die Farben der Navbar mit den Farben des Hintergrundes vermischen. Apropos umfärben. Statt einen Style auszuwählen für eine Section oder für eine Column kann man alternativ eine bestimmte Hintergrundfarbe auswählen. Mega. Und das ist nicht alles. Wir können jetzt neue Farben in andere Farben abhängig von der Scrollposition umfärben. Das heißt, man kann die Hintergrundfarbe eine Section oder Column beim Scrollen in eine andere Farbe umfärben. Etwa so. Wir haben ja hier natürlich nur zwei Farben, aber kann ja auch Regenbogen machen. So, wir haben allerdings nicht nur die Theme Packages in Arbeit, sondern auch ein weiteres YouTheme Pro Release. Und in dem werden wir den YouTheme Pro Customizer verbessern. Wir werden die Preview auf der rechten Seite überarbeiten. Und bisher war das nämlich so, dass nach jeder Änderung die Seite komplett neu gerendert wurde. Und die Seite wird erst angezeigt, wenn sie komplett vom Browser neu vollständig gerendert ist. Das sieht so aus. Ja, gleich sind wir fertig. Jetzt. Mit der neuen Version ist das so, dass wir die Seite inklusive Änderungen zwar immer noch mit einem Fetch Request im Hintergrund abrufen, aber anstatt die alte Seite wegzuwerfen, vergleichen wir das Markup der alten Seite mit der neuen und injecten nur diesen Teil, der sich geändert hat, in die alte Seite rein. Das spart Zeit, weil nicht die gesamte Seite von dem Browser neu gerendert werden muss. Und das nervige, verdeckende Seite während der Loading Time haben wir auch weggeworfen. Und schauen wir uns jetzt an. Also wir sind begeistert. Änderungen fühlen sich an, als wenn sie fast instant. Und was dem Speziellen auch genervt hat, dass wenn man zum Beispiel Dynamic Content einstellt, dass die Seite dann auch gerefresht wurde, obwohl sich das Markup ja gar nicht verändert hat. Und jetzt ist das so, dass die Optionen, die das Markup nicht verändern, auch kein Refresh auslösen. Und dann müssen wir euch leider mitteilen, dass es das Page Builder Panel in Uthin Pro nicht mehr gibt. Wir haben es nämlich ausgetauscht mit dem neuen Pages Panel. Ist ja nicht nur der Name ist anders. Was heißt das überhaupt? Wenn ihr auf Pages klickt, bekommt ihr ähnlich wie bei den Templates eine Liste mit allen in Uthin Pro angelegten Pages. Und für uns sind Pages unkategorisierte Artikel in Joomla. Also erstmal eine Liste von Pages. Klickt man nämlich auf eine Page, öffnet sich dann wie erwartete Page Builder und in der Preview rechts wird die Seite geöffnet. Man muss jetzt also gar nicht mehr die Page rechts in der Preview suchen und dann an Browser, um sie dann zu editieren. Man kann sich einfach durch die Liste klicken und dann die Pages in Page Builder editieren. Ganz genau. Und das ist nicht alles. Mit Templates funktioniert das genauso. Klickt man dann auf ein Template, öffnet sich links der Page Builder und rechts wird automatisch eine Seite, die das Template benutzt, geöffnet. Man muss also gar nicht suchen, wo habe ich Featured Articles für, wo habe ich jetzt Tagged Items verlinkt, um dieses Template überhaupt dann editieren zu können. Das ist super, super schnell. So, das war jetzt ein kleiner Ausblick auf die nächsten Utheme Pro Releases. Wir starten jetzt mit Kojiro und Utheme Pro 4.1 und dann kommt Utheme Pro 4.2 mit dem Customizer Update und dann sind noch sechs weitere Theme Packages in Arbeit und wir werden bald starten, sie dann Monat für Monat zu releasen. Und in dieser Zeit werden wir endlich mal anfangen, wie schon seit langem geplant, den Style Customizer und den Page Builder komplett zu überarbeiten. Weil wir haben jetzt mit den beiden letzten Major Releases, Utheme Pro 3 und Utheme Pro 4 immer weitere Features dazu gebaut und jetzt ist es an der Zeit, die Core-Funktionalitäten von Utheme Pro zu überarbeiten. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar tolle Sachen aus unserer Community präsentieren. Und zwar gibt es mittlerweile über 120 Extensions für Utheme Pro. Einfach mega. Die Anzahl der Extensions seit dem letzten Joomla Day hat sich fast verdoppelt. Und wer unsere Extension-Seite auf Utheme.com noch nicht kennt, hier sind alle Third-Party Extensions für Utheme Pro aufgelistet. Von neuen Page-Bilderelementen und Content-Sources bis hin zu Formbilder und Filter-Erweiterungen. Das wird noch ein bisschen dauern, deswegen dringend noch ein Schlückchen. Noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Fast. Noch ein bisschen. Tada! Jetzt sind wir fertig. Wir sind wirklich echt stolz und freuen uns über die vielen Entwickler, die mit Utheme Pro arbeiten. Und wir sind wirklich begeistert auch, dass durch Utheme Pro auch einige kleine und nachhaltige Businesses entstanden sind. Manche von denen arbeiten Vollzeit an ihren Extension. Falls ihr also eine Extension habt, was ihr für Kunden gebaut habt und ihr wollt sie zum Beispiel kostenlos der Community zur Verfügung stellen oder auch kommerziell zu verkaufen, schreibt uns bitte eine E-Mail und dann kommt ihr auch auf die Extensions-Seite. Wir teilen eure Extensions dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr bekommt Zugang zu unserem Developer-Channel auf Discord, auf dem ihr dann bei Problemen direkt an euch an unser Team wenden könnt. Und hier informieren wir euch auch über eventuelle Änderungen in Utheme Pro, damit ihr eure Extension rechtzeitig kompatibel machen könnt. Und es ist inzwischen ein richtiges Netzwerk an Entwickler, die sich untereinander austauschen. Und wir haben euch T-Shirts mitgebracht. Alle Utheme Pro Extension-Entwickler können sich eins bei uns am Stand abholen. Wir haben aber nicht nur Extensions-Seite für Utheme Pro, wir haben nämlich auch, wir empfehlen Firmen und Selbstständige, die mit Utheme Pro arbeiten, auf unserer Expert-Seite. Und hier stellen wir eure Firma mit ein paar Arbeitsproben vor. Wir empfehlen euch unsere Kunden, falls diese dann eine größere Seite mit Utheme Pro planen. Und wer ist von euch schon ein Expert? Wir haben euch nämlich auch T-Shirts mitgebracht. Das könnt ihr euch auch bei uns am Stand abholen. Und wenn noch kein Expert ist, aber es gerne werden möchte, kriegt auch alle Infos am Start, wie das geht. Und wer jetzt weder ein Expert noch ein Developer ist, aber trotzdem Utheme Pro mag, für die haben wir auch ein cooles T-Shirt am Start und kommt einfach zu unserem Stand und sagt Hallo. Wir würden uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr einen Post mit den T-Shirts auf Twitter oder auf Instagram macht. Und auch viele cooles Tickets haben wir auch dabei. So, weiter geht's. Wir haben die Übersetzungsplattform für Utheme Pro ausgetauscht. Vorher waren wir bei OneSky und jetzt nutzen wir Weblet und hosten die Übersetzungen selbst. Auf translate.utheme.com kann jetzt jeder Vorschläge für eine Sprache machen. Und wer jetzt Lust hat, die vorgeschlagenen Übersetzungen zu korrigieren oder freizugeben, soll sich bitte bei uns melden. Wir brauchen nämlich noch eure Unterstützung. Apropos Unterstützung. Wir suchen auch noch ein paar nette Kollegen. Und meine nette Kollegen sind heute für euch heute und morgen für euch da am Stand. Und falls ihr Fragen habt oder vielleicht die neuen Features in Action sehen wollt oder mal ein bisschen so klicken und ausprobieren, kommt vorbei und sagt Hallo, da könnt ihr auch T-Shirt abholen, die Sticker und ja, aber jetzt noch nicht alle wegrennen, jetzt bleiben wir alle bitte sitzen, weil ich möchte euch noch den Talk im Anschluss ans Herz legen. Daniel von Zulanders ist extra aus Italien angereist und dabei kriegt er Unterstützung von Elisa und er wird euch das Neueste von Essentials für U-SIM Pro erzählen. Und wenn ihr U-SIM Pro nutzt, solltet ihr euch jetzt das auf gar keinen Fall verpassen. Ich habe gehört, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. So, das war es jetzt von mir. Habt ihr Fragen? Dankeschön. Bald. Ja, wirklich sehr bald. Wir sind schon fast fertig. Wie ist ein Mega-Menü bei Mobile? Also man könnte ja da ich glaube, dass es am besten nach dem Talk ist einfach mal an meine netten Kollegen wenden, die erklären, was da alles so kommt. Ja? Ja. Da gibt es ein Pop-Up-Fenster, ich glaube, da gibt es Achso, ja, Entschuldigung. Die Frage war, ob man mit U-SIM Pro ein Pop-Up-Fenster stellen kann. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall gibt es da einige Extensions auf jeden Fall und für weitere kann der Kollege einfach nach dem Talk auch zu uns im Stand bei Achso, okay, dann können wir das später auch machen. Nies, du hattest auch eine Frage? Ja. Das wird jetzt sofort aufgeschrieben. Oh, dann brauchst du das nicht mehr. Achso, ja, ist schon notiert. Ja. Das sind nur die nicht kategorisierten, das sind die gleichen, die im Menü sind. Nein, das ist ja nicht, die sind ja alle einzeln, also das ist jetzt nicht in der Kategorie. Ja, es gibt eine Begrenzung, ja. Nein, zehn nicht, ich glaube schon ein bisschen mehr. 50, 50, ja, tatsächlich 50. Ja, sonst findet man das ja eh nicht mehr. Die ist auch schon da. Gibt es noch weitere Fragen? Soll ich noch mal verschachtelt den Content erzählen? Ich habe mich auch getimt. Es ist die Frage nur, ob man es verstanden hat in 15 Minuten. Ja, ein bisschen. Ist auch schon notiert oder wird dabei? Es wird notiert, ja. Ja, ja. Der Filter im Grid, im Grid. Ich wüsste jetzt nicht, ob da was Neues geplant ist, aber das können wir gerne auch besprechen, was so gewünscht ist und dann können wir schauen, was das so. Weil, ja, weil das ja nicht, achso, bitte. Ja. Achso, ja, die Sortierung dem Grid Tags. Das geht. Ah ja, stimmt, es gibt Manual tatsächlich. Ja, das gibt jetzt schon. Es ist ein Manual Filter. Ich glaube, das ist jetzt seit 4.0 dabei. Ja? Ja. Da muss man Alex vielleicht wenden. haben wir gehört, der ist nicht für 4.0 noch kompatibel, soweit ich weiß. Ja, das wissen wir tatsächlich nicht. Das muss man echt mit Alex glaube ich. Ja. machen wir selber und es kommt. Das brauchen wir tatsächlich auch für ein Theme Package, eine von den sieben und deswegen da kommt auf jeden Fall was. Ja. Oh, das bitte nicht an mich. Wenn ich so in die Reihe schaue, ihr seid ja die im Jumla externe markt eine größere wäre. mit dem der Seiten und den Fortschritt sind, ob und die Entwicklung, Beteiligung, Eindringen, Sachentesten, spielt das überhaupt im Alltag eine Rolle? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, ja, irgendwann aber bestimmt aber jetzt gerade noch nicht so aktiv sind? Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß aber wie ihr es seht. Das ist nicht die Frage an mich. Was ist mit Frau Kurzenbar im Pizzabach im Fun-Vent, also einen Samstag lang Fetsche in Femme bis zu organisieren? Ist das was, wo ihr sagt, wir nicht einen Kanal mit der Motivation und auch zur Jugend nach Hamburg zeigt das dazu bei? Oder ist das etwas, wie das bei euch die Unternehmung ist so die Rolle spielen nicht vertreten? Ja, wir machen das später. Meine Kollegen werden bestimmt das antworten später am Stand. Ich habe gehört, da war noch glaube ich irgendwo eine Frage. Ich denke mal, ist schon. Aber jetzt heute, ab heute ja. Wir haben meinen Kollegen zu Hause gelassen, damit er genau das macht. Ja? Ja? Ja, Das weiß ich tatsächlich nicht. Auch alle Fragen am Stand zu meinen Kollegen. Jetzt traut sich keine zu fragen mehr, glaube ich. Ist auch gut für mich. Noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.